30 Jahre führten Ingrid und Gerhard Köhldorfer den Frischfisch- und Tiefkühlhandel Köhldorfer in Feldbach. Nun wurde das Unternehmerpaar für seine langjährige Tätigkeit geehrt und in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Heute feiern wir ein 30-jähriges Überleum von Gerhard und Ingrid Köhldorfer, ihre unternehmerische Tätigkeit und gleichzeitig auch die Übergabe des Betriebes an den Herrn Tonperger. Ich möchte dem Gerhard Köhldorfer mit seiner Frau Ingrid für 30 Jahre unternehmerisches Wirken in der Stadt Feldbach herzlichst danken. Sie haben beide hier neue Dimensionen beschritten und haben hier, was gerade Fischspezialitäten anbelangt und Frischfische in die Stadt gebracht und haben mit ihren Unternehmen auch die Gastronomie der gesamten Region versorgt und hier ein gewaltiges Unternehmen aufgebaut. Im Jahr 1992 haben sich Ingrid und Gerhard Köhldorfer entschlossen, am Standort der alten Molkerei einen Lebensmittelgroßhandel zu errichten. Gemeinsam schrieb man eine 30-jährige Erfolgsgeschichte. Nun ist es Zeit, ein wenig kürzer zu treten. Also es ist mit weinenden Augen, muss ich ja wirklich dazu sagen, nachdem wir fast 30 Jahre jetzt hier in der Molkerei tätig sind, ich und meine Frau als Unternehmer und es war ein sehr schwerer Schritt, muss ich sagen. Wir haben uns ja vor der Pandemie überlegt, jemanden zu suchen, dann ist eben die Pandemie gekommen. Da haben wir zwei, drei Firmen gehabt, die uns gerne haben wollten. Durch die Pandemie haben sie sich dann mehr oder wenig zurückgezogen unter dem Motto, wer weiß, überlebt das. Wir haben es sehr gut überlebt, Gott sei Dank. Dank unserer Mitarbeiter, muss ich auch sagen, und unserer Kunden, die wirklich treu bei uns gekauft haben. Und ich möchte mich bei allen wirklich recht herzlich bedanken, unsere Mitarbeiter und unseren Kunden. Nun übernimmt der Lebensmittelgroßhändler Tom Berger aus Karlsdorf bei Graz das Unternehmen sowie die elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das Restaurant wird weitergeführt und das Sortiment mit italienischen Spezialitäten erweitert. Es gibt bei uns, sind es zwei Hauptthemen. Wir haben einmal die Kunden der Firma Köhldorfer übernommen für den Vertrieb in der Oststeiermark und im südlichen Burgenland. Das ist primär die Gastronomie, die ganzen Thermen, die Krankenhäuser, Pflegeheime, Tankstellen etc. Und die beliefern wir in Zukunft von Karlsdorf bei Graz aus mit unserem Tiefkühlsortiment. Und hier auf dem Standort, wo wir uns jetzt befinden. Da haben wir das kleine Feinkostgeschäft, das die Firma Köhldorfer über viele, viele Jahre betrieben hat, übernommen. Und wir wollen hier einfach zu dem bestehenden Sortiment Frischfisch noch etwas darüber hinaus am Tiefkühlsektor unseren Kunden anbieten. Bürgermeister Josef Ober dankte dem Unternehmerpaar mit einer Ehrenurkunde für die Förderung der regionalen Wirtschaft und das soziale Engagement. Ich freue mich, dass das ein so fruchtbares, unternehmerisches Leben war und ich wünsche beiden für den wohlverdienten Ruhestand alles Gute. Ich freue mich aber auch, dass sie einen Nachfolger gefunden hat, den der Firma Tonberger, dem Herrn Tonberger und den der Stefanie Hanfstingl, seiner Tochter, die gemeinsam dieses Unternehmen hier weiterführen werden und in die Tonberger AG einbauen werden und damit ein sehr kompetentes Netzwerk entsteht und auch ein sehr kompetentes Unternehmen den Standort Feldbach in der Ludwigstraße 1 sichert. Ich danke auch der Firma Tonberger, dass sie sich hier vor Ort engagieren und vor allem auch einerseits diesen Delikatessen-Laden einerseits, andererseits aber auch die Versorgung der gesamten Region der Gastronomie mit frischen Produkten weiterführt und noch weiter ausbaut und damit den Standort Steuersches Vulkanland mit dem Geschäft hier in der Stadt Feldbach stärkt und sichert für die Zukunft. Wünschen tue ich mir, dass unsere Kunden uns weiterhin treu bleiben, als wir jetzt meinen ehemaligen Mitarbeitern der Firma Tonberger treu bleiben und das Geschäft natürlich so weiterläuft wie bisher. Der Fisch bleibt ja alles da, das Essen bleibt da, es gibt ein viel größeres Sortiment jetzt im Sortiment. Die Firma Tonberger hat neue Ideen gehabt mit ihren italienischen Waren, die sie jetzt zum Fisch dazu anbieten. Ich finde das toll und ich wünsche der Firma Tonberger alles Gute, dass das hier wirklich toll weiterläuft. Mit Dank und Anerkennung wurden Ingrid und Gerhard Köhldorfer in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Werden Köhldorfer in den St. Köhlen